Hallo Leute, ja, ich habe irgendwie Lust auf ein Spiel, dass ich, ähm, ich hätte auch ein Video machen können, wo ich wieder das Spiel, wo der Kamera herumburbeln würde, aber dazu hätte ich irgendwie gerade nicht so eine doll Lust. Ähm, ja, da seht ihr das Spiel, es heißt Arabian Nights. Ähm, ja, habe ich zu meinem 11. oder 12. Geburtstag bekommen, keine Ahnung, zu irgendein unbedeutendem Geburtstag, und es war mein schlimmster Geburtstag seit langem, weil dieses Spiel ging einfach nicht. Es ging nicht auf meinen Computer, damit war mein Geburtstag gelaufen, ich habe nichts anderes bekommen, ey, voll deprimierend, vielleicht ein bisschen Süßigkeiten und Geld, aber man, das, man, nein, das war deprimierend. Ja, ich glaube, am 12. weil das Spiel ist ab 12. Egal, ähm, ja, das Spiel, keine Ahnung, wie das läuft. Ich versuche das, habe es jetzt installiert, und ich werde es mit dem Eckart-Modus starten. Der Eckart-Modus, ich glaube, den kennt ihr nicht, aber, äh, müsst ihr auch nicht kennen, Eckart-Modus ist einfach bla. Und hier, ich bin fertig mit Installieren, seht ihr das? Äh, was zum Henker, Mann? Tastatur? Queer T, 80T, oder Queer Tzu? Was zum Henker? Was soll ich, was, 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 soll ich denn, soll ich, ah, CD spielen, oder was? Bläh, 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 ich habe keine Ahnung, ich, auf Queer Tzu war es schon eingestellt. Die Lastes-Modus, was ist das denn? CD, zweimal CDs, vier CDs, acht CDs, 16 CDs, was? 16-Bit-Stereo, keine Musik, was? Nein, ich möchte Musik. Aber, was? Installieren? DirectX? 3D? Uh, also, wie ihr sehen könnt, es ist ein altes Spiel. Und es wird blind sein. Es wird sehr blind sein. Sehr blind. Das heißt, wir müssen ein Tutorial machen und müssen gucken, was das Spiel geht. Also, ich kann mal, äh, Packung, ähm, also, wir müssen, äh, unser Ziel ist es, ja, irgendwie wurden fünf Tochtern, äh, empführt und wir müssen die verführen, damit sie nicht Straßenmädchen sind. Nächste Story. Ich freue mich, Mädchen zu verführen, ähm. Wanna, wanna do. Wanna do. Okay. Das sind, ähm, ja, Weezyware, natürlich. Wer kennt Weezyware nicht? Und was ist das? Silmar, ähm, Silmaris, äh, klar. Kennen wir doch alle. Und was? Oh. Okay. Hallo? Äh. Sehe ich das richtig? Ist sie, ist sie, ist auf ihren Schlüpfer ganz nackt? Okay. Sie tanzt. Ja. Mhm. Ja, du tanzt sehr komisch. Okay. Ja. Wirklich sehr schön. Äh, viele werden jetzt vielleicht denken, NEIN, HÖR AUF, NICHT WEGEDRÜCKEN. Oh. Es. Ne, ich hab nicht weggedrückt. Nein, Leute, ich bin unschuldig. Und, oh Gott, was ist das? Ja, Leute, also, äh, wie gesagt, das hab ich damals von dem Boss bekommen und damals auf meinen alten Computer ging's schon nicht und hier ging's auch nicht und ich hab's auf anderen Computer probiert. Es geht einfach nicht. Ich kann's nicht. Ich, 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 ich muss einfach davon ausgehen, dass ganz oben einfach Spiel starten ist. Und ich liege damit richtig und... Mein Liebster, es ist an der Zeit, meinen Vater aufrufen und ihn um meine Hand zu widmen. Wie du weißt, ist morgen dein 20. Geburtstag und wir müssen uns unbedingt vermeiden. Ja, nette Story. Warum liegst du nackt auf deinem Teppich, mitten in deinem Palast? Komm heute Abend nach dem Gebet zum Friedhof und wir gehen gemeinsam zum Palast. Was? Oh Gott, ich hab Angst vor dir hier. Ich möchte nicht mit dir zum Palast. Wer bin ich überhaupt? Falls mir etwas zustoßen sollte, benachrichtige meinen Vater. Er wird dir vertrauen. Wieso musst du dabei so posen? Mit wem redest du überhaupt? Denn er wird unsere Herzen auf immer vereinen. Die deinige, Melissa. Ach, sie schreibt gerade einen Brief, ey. Nur man sieht das wieder nicht, weil... Oh Gott, was ist los? Oh Gott, was ist los? Es laggt. Unheimlich. Bis jetzt sehe ich nur dieses Bild. Okay, hallo. Hallo? Okay, Leute, ähm... Das ist der Grund, warum... Mein zwölfter Geburtstag gelutscht hat. Das war alles, was ich hatte. Dieses Spiel. Dieses Spiel, dieses Bild. Das geht nicht. Das geht nicht. Und warum zeige ich das euch? Ich kann ja nichts mehr, was machen wir ja jetzt. Hä? Doch. Moment, Leute. Moment. Wir können... Ali? Wir sind Ali. Okay, was können wir machen? Linke Maustaste. Schlagen. Huah! Reichte Maustaste? Äh, rennen. Wow. Wenn ich nach hinten drücke... Okay, macht er einen Flickflack oder sowas. Gut. Äh, Leertaste... Taste ist... Dicke Machete rausholen. Und eins ist... Noch eine andere Waffe? Was hab ich gemacht? Was passiert? Zwei ist was? Einen Stein werfen. Okay, es war eine Bombe. Was zum Henker? Äh, egal. Weiter geht's. Äh... Wirklich sehr schön hier. Und was sind diese ganzen Schmarrn-Sachen? Leute, ich hab mich auch umgeguckt. Ähm... Von den, äh... Bewertungen her. Das Spiel ist... Mies. Einfach mies. Und es ist schon wieder steckende Stange geblieben. Ähm... Man soll auch, wenn es läuft, nicht wirklich viel erkennen von Lebensanzeige und so'n Schmarrn und... Okay. Ey! Ja, okay. Wenn man das Bild auf einmal anhält, muss ich aber nur linke Maustaste drücken. Keine Ahnung, wieso. Okay, wo sind wir denn? War ich hier. Okay. Ich kann ja auch irgendwie springen. Okay, den können wir auch ausdrücken. Dann müssen wir... Ja, genau. Und was liegt da? Da liegt ein Kuhfladen. Aua, was ist das? Der Kuhfladen greift uns an? Aua! Hä, was... Was ist hier los? Oh, erstmal vielleicht Flachs machen. Lalalala. Äh... Schlagen wir den Kuhfladen zurück? Mach, Hälte raus holen. Stirb. Kuhfladen. Ja. Okay. Der Kuhfladen hat unser Spiel angehalten. Ich hab das Gefühl... Der Kuhfladen ist weg. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Ähm... Okay, auf 0 springen wir. Und... Ihr wisst ja gar nicht, wie behindert das ist. Denn ich springe... Ich gehe auf den Pfeiltassen. Pfeiltassen und Maussteuerung. Wisst ihr wie... Es geht nicht. W, A, S, D geht. Aber nicht... Mann, das geht nicht so. Okay. Was ist hier? Okay, das Bild bleibt hier stecken. Leute. Was ist... Ihr wisst... Ich kann Rayman 3 aufnehmen. Warum sollte es bei diesem Spiel laggen, also? Und ich kann auch gerade andere Spiele auf meinem Computer spielen. Also, warum geht es hier nicht weiter? Wo bin ich hier zum Hänker überhaupt? Ich hasse dieses Spiel. Es hat ein ganzes Leben, der von mir zerstört. Oder jedenfalls damit irgendwie eingeleitet. Okay. Das war wohl ein kleines Show, würde ich mal sagen. Ähm... Ich bin froh, dass ich kein Display daraus machen kann. Ich kann mir auch... Was ist... Ali, Ali! Halt die Schnauze! Was für ein Ali, ey. Wo bist du überhaupt, Mann? Bestimmt nur so ein Steinfeld. Ach, verdammt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Weil, äh, kurzes Video war das, äh... Ja, es lutscht.